Wir Gobe-Metzger haben schon wieder etwas Neues herausgefunden, und zwar die Wurst des Kolumbus. Schauen Sie hier die Wienerchen, die haben in der Mitte ein Loch gefüllt mit Sanf oder für die, die es lieber haben, mit Ketchup. Die Wienerchen mit heissen übrigens Hotmax und sind exklusiv bei Gobe. Und erst noch in dieser praktischen, portionierbaren Verpackung erhältlich. Es ist doch eine gute Idee, dass Gobe bei der Würst auch gerade noch den Sänf dazu gibt. Weitere gute Ideen von Gobe sehen Sie gerade anschliessend. Ein paar Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Gobe 200g Nescafé Gold Deluxe 2 Franken günstiger für nur 11,95 Euro. Und zum Dessert Vanille-Rahmglasse von Goldstar für nur 5,80 Euro. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Gobe Schweizer Eier Klasse A 10 Stück für nur 3,30 Euro. Und ein Kilo italienische Pfirsich für nur 1,40 Euro. Auf Wiedersehen!